Schalom und herzlich willkommen zum wöchentlichen Newsletter von Donnerstag, dem 4.4.2024 von Amir Zafati. Schalom aus dem fruchtbaren Jesreltal. Wenn ich von meinem Haus aus auf die weiten Felder unter mir schaue, kann ich kaum glauben, dass in meinem Land Krieg herrscht. Es ist schön, ruhig und idyllisch, bis ein Kampfflugzeug der israelischen Luftwaffe im Tiefflug über meinen Kopf liegt, um auf dem nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt zu landen. Auf der einen Seite ist das Land voller Farbenpracht, auf der anderen Seite herrscht Krieg. Das ist seit Jahrtausenden der Gegensatz in Israel. Aufgrund der Einzigartigkeit dieses Landes beschränken sich die Kämpfe jedoch nicht auf das Physische. Ja, es gibt den Krieg im Gazastreifen, die ständigen Scharmützel mit dem Libanon und Syrien und den indirekten Konflikt mit dem Iran über seine Stellvertreter, der manchmal, wie letzte Woche, sehr direkt wird. Dieses Blutvergießen und Bombardieren macht Schlagzeilen, führt zu Protesten, veranlasst die Vereinten Nationen zu dummen Resolutionen und wird zu politischem Futter für die nächsten Wahlen. Und es ist richtig, dass dieser gewaltsame Konflikt die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient. Auf beiden Seiten der Kampflinien sterben Menschen. Das humanitäre Leid ist groß, weil die Hamas ihr eigenes Volk verachtet, Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht und Krankenhäuser und Schulen in Militärbasen verwandelt. Doch der andere Krieg hat nicht erst am 7. Oktober begonnen. Er hat sich seitdem zwar verschärft, aber es ist ein Kampf, der seit den Anfängen der Gemeinde geführt wird. Es ist ein geistlicher Kampf um die Legitimität des jüdischen Volkes und seit 1948 des Staates Israel. Für mich ist es erstaunlich, wie viele Christen glauben, dass Gott mit den Juden fertig ist. Sei es wegen ihrer götzendienerischen Vergangenheit, die zum Exil führte, sei es, weil eine Gruppe von ihnen vor 2000 Jahren für die Kreuzigung Jesu verantwortlich war. Sie glauben, Gott habe endlich genug von diesem aufsässigen Volk und habe es zugunsten der Gemeinde in die Schranken verwiesen. Auch das ist nichts Neues. Der Grund, warum Paulus Römer 9 bis 11 geschrieben hat, war genau diesen Irrtum zu bekämpfen. Aus diesem Grund habe ich vor einigen Jahren auch Israel and the Church geschrieben. Jeden Mittwochmorgen treffen sich die Mitarbeiter von Behold Israel per Zoom-Anruf von ihren verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt. Gestern nutzte ich die Gelegenheit, um sie daran zu erinnern, dass wir uns an der Front einer ernsten Schlacht befinden. Wir kämpfen keinen Krieg in Gaza oder im Norden. Wir kämpfen den geistlichen Kampf, den der Feind seit ewigen Zeiten gegen Gott und sein auserwähltes Volk führt. Ich lade jeden ein, sich uns in diesem Kampf anzuschließen. Nimm dir Zeit, um zu lernen, wie wir sicher sein können, dass, so wie ein Vater seine Kinder niemals verlässt, unser Gott das Volk, das er liebt, niemals verstoßen wird. Mit diesem Wissen kannst du jede Gelegenheit nutzen, die Gott dir gibt, um deinen Mitmenschen wissen zu lassen, dass Gott sein Volk, die Juden, in das verheißene Land zurückgebracht hat, wie er es in Hesekiel 36-37 angekündigt hat und dass er sie als Nation wiederhergestellt hat. Und ja, der Herr hat einen Plan für die Zukunft Israels, der eine massenhafte Erweckung und Versöhnung mit dem, den sie durchbohrt haben, siehe Zacharia 12, Vers 10, einschließt. Unser Gott ist treu, und wir dürfen nicht zulassen, dass der Feind den Charakter unseres Herrn beschmutzt, indem er behauptet, seine ewige Liebe sei nur vorübergehend, und seine Verheißungen hingen von unserem Verhalten ab. Jeremiah 31, Verse 3-4 und 6 Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Ich will dich wieder aufbauen. Ja, du wirst aufgebaut dastehen, du Jungfrau Israel. Denn es kommt ein Tag, da die Wächter auf dem Bergland von Ephraim rufen werden, macht euch auf, lasst uns nach Zion gehen, zu dem Herrn, unserem Gott. Der Nahe Osten, Israel. Die IDF ist an diesem Wochenende in höchster Alarmbereitschaft, da am Freitag mehrere Ereignisse zusammenfallen. Erstens, es ist der letzte Freitag des Ramadans. Zweitens, es ist Lailat Al-Kadr, Nacht der Macht, in der die Nacht der Offenbarung des Korans gefeiert wird. Drittens, es ist der iranische Kutstag, Jerusalem-Tag, an dem der Iran einmal im Jahr seine Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck bringt. Viertens, der Iran hat bereits geschworen, den Angriff auf Damaskus, wie unten beschrieben wird, zu rächen. Jeder für sich ist ein ausreichender Vorwand für einen Terroranschlag. Zusammengenommen sind sie eine unheilvolle Warnung. Der Kommandeur des Militärischen Nachrichtendienstes des israelischen Verteidigungskräfte IDF sagte heute, wir sind nicht überzeugt, dass das Schlimmste hinter uns liegt. Uns stehen einige sehr schwierige und komplizierte Tage bevor. Nach den schrecklichen Ereignissen vom 7. Oktober wissen wir jetzt, dass wir kein Risiko mehr eingehen können. Wir werden uns nie wieder überrumpeln lassen. Es war eine schwierige Woche für Premierminister Benjamin Netanyahu. Zunächst wurde am Sonntag im Hadassah Krankenhaus in Karem in Jerusalem wegen eines Leistenbruchs operiert. Der Eingriff verlief gut und er wurde am Dienstag entlassen. Zweitens endete eine viertägige Protestgrundgebung gegen seine Regierung in der dritten Nacht in einem kleinen Aufstand, als Demonstranten versuchten, die Polizeibarrikaden zu durchbrechen und zum Haus des Premierministers zu gelangen. Die Emotionen wurden durch Anwesenheit einiger Familienangehöriger der Geiseln noch verstärkt. Die große Mehrheit der Israelis ist fest entschlossen, sich dem gemeinsamen Feind der Hamas entgegenzustellen. Die Demonstranten sind jedoch eine sehr laute Minderheit, die stark von außen finanziert wird und nach einer gefügigeren Führung in Israel sucht. Das IDF Heimatfront Kommando bereitet eine Medienkampagne vor, um die Israelis auf dem Krieg gegen die Hisbollah vorzubereiten. Die Terrorgruppe hat mindestens 100.000 Kämpfer auf ihren Listen, viele mit Kampferfahrung aus dem syrischen Bürgerkrieg und es wird erwartet, dass sie bis zu 5000 Raketen pro Tag auf Israel abfeuern wird. Die Regierung legt massive Notvorräte an Treibstoff, Lebensmitteln und medizinischen Gütern an und verstärkt das Stromnetz. Die Bank of Israel hat kleinere Banken angewiesen, sich auf eine hohe Nachfrage nach Bargeld vorzubereiten, falls es zu einem Ansturm auf die Währung kommt. Erstaunlicherweise ist der israelische Aktienmarkt trotz dieser düsteren Prognosen in den letzten Wochen auf ein Rekord hochgestiegen. Eine Drohne hat einen israelischen Marienestützpunkt in Elad getroffen und ein Gebäude beschädigt. Die Drohne, die vermutlich vom islamischen Widerstand im Irak abgefeuert wurde, durchquerte den jordanischen Luftraum und flog an der israelischen Abwehr vorbei, bevor sie den Stützpunkt traf. Libanon und Syrien Unter den zahlreichen israelischen Luftangriffen auf den Libanon und Syrien sticht einer besonders hervor. Am vergangenen Montag schossen sechs F-35-Kampfflugzeuge, mehr als 20 Raketen auf die Wohnhäuser neben der iranischen Botschaft in Damaskus ab. Unter den 16 Toten waren acht Iraner. Unter den Opfern war auch General Mohammed Reza Zahedi, Kommandeur der Elite-Truppe Quds Force, des Kors der islamischen Revolutionsgarde, die für alle Waffen- und Präzisionswaffenlieferungen an die Hisbollah im Libanon verantwortlich ist. Dieser chirurgische Schlag, bei dem die nahegelegene französische Botschaft unversehrt blieb, löste im gesamten Nahen Osten Schockwellen aus. Am Dienstag schworen sowohl der Iran als auch die Hisbollah schwere Vergeltungsschläge innerhalb der nächsten 48 Stunden. Wie die meisten meiner israelischen Landsleute werde auch ich besser schlafen, wenn diese Frist abgelaufen ist. Wenn ihr mehr über den Angriff erfahren wollt, schaut euch mein 10-minütiges Breaking-News-Update vom Montag an oder mein einstündiges Q&A with Amir Zafati Israel-Hamas-War vom Dienstag, in dem ich 28 Fragen von Zuschauern des Livestreams beantworte. Man bekommt viele detaillierte Informationen, die man in den Mainstream-Medien nicht findet. Am Freitag erlitt die Hisbollah einen weiteren Schlag, als einer ihrer ranghöchsten Kommandeure, Brigadegeneral Ahmad Yavad Shahimi, bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe von Aleppo in Syrien getötet wurde. Shahimi war für die Koordinierung des Waffenschmuggels zwischen Syrien und der Hisbollah verantwortlich. Gaza Die Kämpfe im Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt sind beendet. Mehr als 900 Verdächtige wurden ausfindig gemacht, von denen 513 als Mitglieder der Hamas oder des palästinensischen islamischen Dschihad bestätigt wurden. Zahlreiche Waffen wurden beschlagnahmt und die Infrastruktur zerstört. Die Kämpfe in Kan Yunis gehen weiter. Anfang dieser Woche griff die israelische Luftwaffe mehr als 25 Ziele der Terroristen an, darunter auch Lager mit militärischer Ausrüstung und andere Infrastruktureinrichtungen. Tragischerweise wurden sieben Mitarbeiter der humanitären Hilfsorganisation World Central Kitchen bei einem israelischen Luftangriff getötet. Premier Netanyahu entschuldigte sich umgehend für den Vorfall und fügte hinzu, so etwas passiert im Krieg. Wir führen eine gründliche Untersuchung durch und stehen in Kontakt mit den Regierungen. Wir werden alles tun, damit sich so etwas nicht wiederholt. Der Premierminister hat recht. Im Krieg kommt es immer wieder zu tragischen Unfällen. Wir sind untröstlich für die Angehörigen derer, die ihr Leben verloren haben. USA In der vergangenen Woche gab es zur Abwechslung einige ermutigende Worte aus Washington. Zunächst erklärte John Kirby, der Kommunikationsberater des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, auf einer Pressekonferenz am Dienstag, dass die US-Regierung keine Vorfälle gefunden hat, in denen die Israelis das humanitäre Völkerrecht verletzt haben. Das ist zwar keine Bestätigung, aber zumindest keine Kritik. Am Tag zuvor waren sich amerikanische und israelische Offiziere nach gemeinsamen virtuellen Gesprächen über ihr gemeinsames Ziel einig, die Hamas in Rafah zu besiegen. Der Unterschied zwischen beiden Parteien besteht darin, dass die beiden Administration Pläne für die Umsiedlung aller Nichtkriegsteilnehmer vor einem Angriff fordert. Israel sagte, es werde diese Frage in Betracht ziehen. Türkei Es gibt Geschichten, die im Westen Erstaunen und Kopfschütteln auslösen, während wir im Nahen Osten nur nicken und sagen, ja, wie üblich. In der vergangene Woche hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den israelischen Premierminister und sein Kabinett mit modernen Nazis verglichen und gesagt, er werde Netanyahu zu Allah schicken. Diese Woche hat Erdogan Israel die Hand gereicht, in der Hoffnung, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verbessern. Was hat sich geändert? Die Partei des türkischen Präsidenten wurde bei den Wahlen vernichtend geschlagen und die säkulare Opposition hat in vielen Großstädten große Siege errungen. Wenn es zynisch klingt, dass sich Erdogans Kritik an Netanyahu als politische Effekthascherei bezeichnet, dann glaubt dem stellvertretenden türkischen Botschafter in Israel. Er sagte, Erdogans harte Rhetorik gegen Israel ist das Ergebnis von seinen politischen Erwägungen während der Kommunalwahlen in der Türkei. Interpretation Der Präsident brauchte seine Partei, um gut abzuschneiden. Also hat er euch Juden vor den Bus gestoßen. Aber jetzt, wo die Wahlen vorbei sind, lasst uns Freunde sein. Das ist so typisch, aber man muss es auch zum Teil anerkennen. Politiker auf der ganzen Welt machen genau dasselbe. Nur wir im Nahen Osten haben die nötige Chuzpe, dies unmittelbar offen zuzugeben. Nordkorea Kim Jong-un hat ein neues Spielzeug. Am Dienstag überwachte der verehrte Genosse den Start der nordkoreanischen Hyperschall-Mittelstrecken-Raketa Hua-Song-16b. Hoffen wir, dass der einsame Führer damit vorsichtig umgeht und nicht aus Versehen jemandem ein Auge ausschießt. Taiwan Das stärkste Erdbeben seit einem Vierteljahrhundert hat gestern Taiwan erschüttert. Das Beben der Stärke 7,2 forderte neun Todesopfer und mehr als 900 Verletzte. Mindestens 50 Personen werden noch vermisst. Zahlreiche Gebäude in der Stadt Hualien an der Ostküste wurden schwer beschädigt. Der Dienst für Deutschland gekürzt Was ist im Nahen Osten los und was hat das mit dem Hesekiel-Krieg zu tun? Die Antworten findet ihr in der Premiere meiner Lehrveranstaltung Who really controls the Middle East? Zu deutsch Wer kontrolliert den Nahen Osten wirklich? Am Freitag, den 5. April um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Noch nie war diese Botschaft so aktuell wie heute. Bitte betet für Israel, besonders in den nächsten Tagen. Diese Bedrohungen sind real und wir sind alle nervös. Auch wenn ich die Gewissheit habe, dass Gott letztlich die Kontrolle hat, so bin ich doch auch Ehemann und Vater und muss mich um meine Familie kümmern, sowohl um die, die zu Hause sind, als auch um die, die in der Armee dienen. Ich danke euch für eure Treue, eure Liebe, eure Unterstützung und eure Ermutigung in diesen schwierigen Tagen. In Erwartung seiner Rückkehr Amir Zafati Lehrreiche und spannende Bücher von Amir gibt es in deutscher Übersetzung beim CMV Christlicher Medienvertrieb Hagedorn im Internet und einige Links sind auf Englisch im schriftlichen Newsletter in der Videobeschreibung unter mehr abrufbar direkt unter dem Videotitel.